Wenn das der Altmeister gewusst hätte, Alfred Hitchcock in Hall, damit hätte der legendäre Filmemacher wohl nicht gerechnet. Also eigentlich ist es ja sein Film, die 39 Stufen aus dem Jahr 1935. Aus dem Film wurde ein Theaterstück, das jetzt die Kolping-Bühne in Hall zeigt. Eine rasante Geschichte, in der ein harmloser Bürger in eine wilde Mord- und Geheimdienstgeschichte verwickelt wird. Liebe, Mord, Flucht und Gefahr. Alfred Hitchcocks Agentenkomödie Die 39 Stufen bietet vieles von dem auf, was den Großmeister des Films so auszeichnet. Der ganze Text setzt den Film eigentlich sehr gut um und das ganze Theaterstück ist angelegt eigentlich wie ein Film. Das heißt, wir haben diese Szenen, die ganz eng aneinander hängen, die dann ein größeres Bild ergeben. Und dann haben wir diesen Umbau und dann wieder das nächste Bild. Donnerwetter. Unversehens gerät der biedere Bürger Henni unter Mordverdacht und mitten in eine Agentengeschichte hinein. Er muss untertauchen und selbst ermitteln. Doch als Gejagter ist er auch im Zug nicht mehr sicher. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, aber haben Sie einen Mann vorbeilaufen sehen? Das ist der Mann, den Sie suchen, Inspektor. Sie sind Richard Henni? Ganz bestimmt nicht. Aber die junge Lady hat deutlich gesagt, dass sie... Er ist aus dem Fenster gesprungen. Los, Mann, schlapp ihn dir! Es soll schon auch die komödiantischen Elemente stark hervorkommen. Aber ich denke, Hitchcock merkt man am ehesten in den kleinen Anspielungen. Richard Henni, der in Verbindung mit dem Mord am Portland Place gesucht wird, wurde in der Nähe des Moors am Loch Grimmon gesichtet. In den Warnungen der Polizei wird davon ausgegangen, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Hier noch einmal die Personenbeschreibung. Schon landet Henni im Zentrum des Bösen. Sein Todfeind, der mysteriöse Professor. Insofern habe ich nur eine Option. Ich werde nun das Mittagessen servieren, Liebes. Der Polizeichef muss um drei Uhr gehen. Bleibt, Mr. Hammond, bei uns? Ich glaube nicht, Liebling. So weit, so klar. Was aber sind sie, die 39 Stufen? Unheimliche Spannung. Top secret. Nein, 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 es geht schon. Ja, 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 hallo? Ja, was, Hacker? Kein Kommentar. Lebensgefährlich. Die 39 Stufen von Alfred Hitchcock. Ab morgen Abend auf der Köpingbühne Hall. Die 40 Stufen von Alfred Hitchcock19. Geist, dass die 40 Stufen von Alfred Hitchcock19ador beinhbart. Daher einmal im sagst, was er. Die 40 Stufen von Alfred Hitchcock1900. Wir lesen in der Zeit, ich dann antreten. Untertitelungen. Nichts von Alfred Hitchcock1900. Wir lesen in der Höhe. Überstatteln.